Ja, hallo und herzlich willkommen auf Hof Sonnenweide. Mein Name ist Elisabeth Nussbamer und ich bin Bäuerin und Mutter der Muntermacherin und in mir ist die Elli das Kuschelschaf. Und ich möchte euch mit dem Video einladen ganz herzlich zu den offenen Impulstagen. Das wird da hinter mir schreißen. Übrigens die Pfauen, da haben wir ungefähr 15 bis 20 davon, also eine ganze Menge. Und ja, der Impulstag soll oder der offene Impuls nachmittags soll genau das sein, was es aussagt. Einfach einmal, wenn ihr Lust habt auf einen Haufen unglaublich lieber und zutraulicher Tiere, auf einen Perspektivenwechsel, das ist mir eigentlich fast der wichtigste Punkt, wenn sie euch bestätigen lassen möchtet in euren Träumen, in euren Wünschen und vielleicht sogar Ideen finden für die ersten Schritte setzen, auf den Weg dorthin oder einfach nur einen gemütlichen Nachmittag verbringen mit Leuten, die ähnlich ticken wie ihr, dann würde ich euch ganz herzlich einladen. Ihr findet die Veranstaltungseinladung unten unter dem Video gepostet. Die Impulstage finden so drei, vier Mal im Monat statt. Idealerweise schaue ich immer, dass es verschiedene Wochentage sind, dass für jeden was dabei ist. Ihr braucht sich nicht anmelden, es soll vollkommen unverbindlich sein, ohne Verpflichtungen, ja vielleicht auch ohne zu großartige Erwartungen, sondern einfach mal schauen, was kommt und was da ist. Und ja, eine schöne Zeit miteinander verbringen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald! Hoffe dich! Tschüss! Wir schauen uns natürlich max & lang. Wir schauen uns zfsagt den zweiten politischen Mhm. Wir schauen uns unsere payer.